Papa! Papa, ich bin da! Papa! Papa! Mama! Das ganze Blut, das Blut. Welches, Mama? Was meinst du, Schatz? Sie hat Alzheimer. Morgen hat sie alles vergessen. Papa ist tot! Er wurde gestern umgebracht! Du glaubst doch nicht etwa das Mama? Sie ist nicht mehr Mama. Hiermit wurde Ihr Mann ermordet. Ihre Fingerabdrücke sind auf dem Griff. Meine Mutter ist krank! Sie ist krank und unschuldig! Ich habe Ihrem Vater ein Bild zur Restaurierung anvertraut. Die Kreuzabnahme Christe von Hebert. Ich muss es unbedingt zurückhaben. Er wollte eine Expertise in welcher Art? Er hatte Zweifel bezüglich der Echtheit. Kunstwerke, Schwarzhandeln und Mord. Laut Schätzungen ist die Kreuzabnahme von Hebert über 100.000 Euro wert. Hier ist Lili. Ich glaube, ich weiß, wer der Kompliz ist. Lili! Dein Vater ist tot. Lili Garnier ist tot. Du bist in Gefahr, wenn du recht hast. Mademoiselle Loney, ich nehme Sie wegen Einbruch und Diebstahl im Polizeigewahrsam. Stefan, was passiert hier? Was passiert hier? Du bist in Gefahr. Du bist in Gefahr. Du bist in Gefahr.